Dieses Jahr findet der Welternährungsgipfel der Vereinten Nationen statt. Dafür treffen sich hochrangige, internationale Vertreterinnen rund um die Welt und planen die Zukunft unserer Ernährung. Bei einem Vorgipfel Ende Juli in Rom werden Vorschläge ausgearbeitet. Im Herbst in New York wird dann darüber entschieden. Aber wer entscheidet eigentlich darüber, was bei uns auf dem Teller landet? Wer bestimmt da die Spielregeln und ist das eigentlich in Ordnung so? Durch die hohe Konzentration im Agrar- und Lebensmittelsektor haben einzelne Konzerne viel Gestaltungsmacht und nehmen immer mehr Einfluss auf unsere Ernährung. Dabei sollten wir alle an der Gestaltung unserer Ernährungssysteme teilhaben können. Ein Ernährungssystem beschreibt den Weg unserer Lebensmittel, vom Acker bis zu uns auf den Teller. Dazu gehören auch all die unterschiedlichen Faktoren, die beeinflussen, was wir essen wollen und essen können. Leider gehören aber auch strukturelle Probleme wie etwa Hunger, Ernährungsarmut, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, Artensterben und die Klimakrise zu unserem Ernährungssystem. Deshalb kämpfen überall auf der Welt soziale Bewegungen, zivilgesellschaftliche Organisationen und engagierte Wissenschaftlerinnen dafür, dass unsere Ernährungssysteme gerechter werden. Die Ansätze dafür sind vielfältig und inspirierend. Auf internationaler Ebene werden diese Interessen durch zivilgesellschaftliche Vertreterinnen in dem Ausschuss für Welternährung repräsentiert. Doch finden diese Stimmen auch bei dem Ernährungsgipfel Gehör? Schauen wir uns an, was bis jetzt passiert ist. Der Gipfel ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit des Generalsekretärs der Vereinten Nationen mit dem Weltwirtschaftsforum. Vorab gab es jedoch keine festen Regeln, die besagt hätten, wer die Dialoge mitgestalten darf und wer eingeladen wird. Das macht es den Vertreterinnen der Agrar- und Ernährungsindustrie leicht, die Prozesse zu dominieren. So haben ausgewählte, besonders konzernfreundliche Wissenschaftlerinnen und einzelne Organisationen, wie die Allianz für eine grüne Revolution in Afrika, die Vorbereitung des Gipfels angeleitet und erhielten Ehrenplätze am Diskussionstisch. Der zivilgesellschaftliche Mechanismus des UN-Ausschusses für Welternährung wurde hingegen ausgeschlossen. Wichtige politische und soziale Innovationen bleiben somit komplett auf der Strecke. Doch um die strukturellen Probleme in unserem Ernährungssystem zu lösen, brauchen wir grundlegende Veränderungen. Und diese sind von der Agrarindustrie nicht zu erwarten. Für unsere kritischen Stimmen ist kein Platz und deshalb beteiligen wir uns nicht an dem offiziellen Ernährungsgipfel. Und damit sind wir nicht alleine. Über 500 zivilgesellschaftliche Organisationen aus der ganzen Welt haben vielfältig ihre Kritik geäußert, unter anderem in einem gemeinsamen, offenen Brief. Auch über 200 Wissenschaftlerinnen haben ihren Bakot am Gipfel erklärt. Wir bleiben nicht stumm. Mit unserem alternativen Gegengipfel im Juli erheben wir unsere Stimmen gegen konzerngesteuerte Ernährungssysteme. Wir wollen Ernährungssysteme, die nachhaltig, demokratisch, gerecht und gesund sind. Dafür müssen zivilgesellschaftliche Akteure selbstbestimmt mitdiskutieren dürfen. Und die Entscheidungen müssen bei öffentlichen Institutionen liegen und nicht von den Interessen der Industrie und Finanzwelt dominiert werden. Damit das gelingen kann, brauchen wir die Unterstützung von euch allen. Seid dabei und diskutiert mit!